Ganz herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 264 vom 1. November 2021. Ganz herzlich willkommen zu unserer Lage, in der wir die Ereignisse hierzulande und in der Welt zusammenkehren, so sie uns interessieren und wir sie für relevant halten. Mein Name ist Philipp Banser, ich bin Journalist. Und ich bin Ulf Burmeier, Jurist aus Berlin. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und wir begrüßen euch zu dieser Folge und entschuldigen uns zugleich, letzte Woche hat es nicht geklappt, weil wir da mit einer Krankheit zu kämpfen hatten. Aber in dieser Woche sind wir wieder am Start und deswegen gibt es in dieser Woche vermutlich sogar zwei Folgen. Heute eine und wir schauen mal, ob wir zum Wochenende auch noch eine schaffen. Und damit springen wir hinein in unser ganz gut gefülltes Pad. Werbung Das Koro, die Adresse ist, um euch nachhaltig mit haltbaren Lebensmitteln einzudecken, dürft euch mittlerweile bekannt sein. Leckere Öle, Soja geschnetzeltes, Kaffee, Nüsse aller Art, Mehle, Samen, von Sesam bis Pinienkern. Da gibt es einfach nichts Besseres als Koro. Die haben auch so Sachen wie Bio-Mikrowellen-Popcorn und vegane Burger-Patties aus Aubergine. Aber neu ist Koro Fresh. Mit Koro Fresh könnt ihr euch auch frisches Gemüse und Obst nach Hause liefern lassen. Generell gilt bei allem, Koro versucht direkt bei Produzenten und Produzentinnen einzukaufen und Koro verwendet große Verpackungen, um Müll zu vermeiden und Recycling zu erleichtern. Bestellt einfach mal was unter korodrogerie.de und ihr bekommt als Lage-Hörerinnen und Hörer 5% Rabatt mit dem Kennwort Lage-Koro. Lohnt sich in jeder Hinsicht Lage.Koro, 5% Rabatt. Werbung Wir fangen an, diese Woche gab es Treffen G20, genauer genommen war es nicht diese Woche, sondern am Wochenende, also am Ende der vergangenen Woche. G20, das sind die 20 größten Industrienationen, die haben sich in Rom getroffen. Und wie groß waren die Erwartungen, Ulf? Die Erwartungen waren jetzt nicht gigantisch, sondern im Gegenteil. Es war eigentlich vor allem eine Stimmung von großer Neugier, wie dieser G20-Gipfel jetzt wohl ablaufen würde. Es war immerhin der erste Gipfel, an dem Joe Biden als neuen US-Präsident teilnehmen konnte. Es war zugleich wohl Angela Merkels letzter großer internationaler Gipfel. Also es war einfach so ein bisschen Wechselstimmung in Rom. Und ja, ganz spannend aus deutscher Sicht, dass auch Olaf Scholz mit dabei war. Zunächst mal vor allem wegen des Treffens der Finanzminister und Finanzministerinnen. Aber bemerkenswert, Angela Merkel hat ihn auch auf internationaler Bühne vorgestellt. Denn sie führte natürlich wie immer am Rande solcher Gipfel eine Reihe von vertraulichen Gesprächen mit anderen Regierungschefs. Das sind die sogenannten Vier-Augen-Bespräche, unter anderem mit dem türkischen Präsidenten Erdogan, mit dem es ja immer wieder große Probleme gibt. Aber diesmal waren diese Vier-Augen-Gespräche stattdessen Sechs-Augen-Talks. Ja, denn Angela Merkel, du hast es gesagt, die nahmen Olaf Scholz mit. Was ja durchaus ein bemerkenswerter Move ist, führte ihn da als ihren wahrscheinlichsten Nachfolger ein. Klingt jetzt erst mal normal, zumal in einer Demokratie ist es aber nicht. Genau, das ist es ihm ganz und gar nicht, siehe Donald Trump, der ja bis heute bezweifelt, dass er überhaupt die Wahl verloren hat. Also selbst in Demokratien ist es leider Gottes eben nicht an der Tagesordnung oder jedenfalls nicht selbstverständlich, dass die Amtsvorgängerin dem mutmaßlichen Nachfolger quasi in einer würdevollen und wertschätzenden Weise so das Zepter in die Hand drückt. Und insofern ja Respekt vor Angela Merkel, dass sie auch auf der internationalen Bühne einfach nochmal vorgemacht hat, wie das sich gehört in einer sauberen Demokratie. Jetzt gibt es natürlich auf solchen G20-Gipfeln immer eine Art von Kommuniqué und da wird natürlich immer geguckt, was sind denn jetzt so die Ergebnisse dieses Treffens, die fasst das ein bisschen nüchtern zusammen. Die wichtigsten Resultate seien gewesen, gute Stimmung und ein frohes Wiedersehen in der analogen Welt trotz Pandemie. Ja, ist jetzt nicht so irre viel. Nee, das muss man sehen. Immerhin gab es noch so ein paar kleinere gute Nachrichten. Beispielsweise haben sich Joe Biden und der französische Präsident Emmanuel Macron am Rande dieses G20-Treffens mal persönlich ausgesöhnt. Das war dringend erwartet worden nach dem Stress um die U-Boot-Lieferungen. Haben wir vor einigen Wochen ja auch in der Lage ausführlich diskutiert. Insofern da ist jetzt jedenfalls nach außen wieder Frieden eingekehrt, was aber natürlich an den strategischen Verwerfungen im Hintergrund nicht viel ändert. Und dann gab es von den G20 insgesamt eine gemeinsame Erklärung zum Thema Iran. Insbesondere wurde der Iran aufgerufen, sich weiterhin an einen Tisch zu setzen oder neu an einen Tisch zu setzen, um die eigenen Bestrebungen nach Nuklearwaffen überprüfen zu lassen und eben den Iran weiter davon abzuhalten, sich quasi eine Atomwaffe zu besorgen. Das gilt zumindest als diplomatischer Erfolg, dass die G20 hier wieder quasi gemeinsam dem Ziel der Proliferation verschrieben haben. Ja, und dann war natürlich ein anderes wichtiges Thema noch Klimaschutz, weil ja, da reden wir auch gleich noch drüber, jetzt diese große Klimaschutzkonferenz in Glasgow begonnen hat. Da war natürlich interessant, was sagen denn die 20 größten Industrienationen der Welt, die natürlich 80 Prozent der Klimagase in die Welt pusten, was sagen die denn nun dazu? Gibt es da irgendeinen Anschub, irgendeine interessante, neue, wichtige Ansage? Muss man eher sagen, das war ziemlich mau. In einer früheren Fassung war die Rede, also die Abschlusserklärung war die Rede von sofortigem Handeln, um die Erde eben auf so einen Kurs gen 1,5 Grad Erderwärmungsbegrenzung zu bringen. Bis 2050 sollte dann alles klimaneutral sein. Es sollte auch einen Ausstieg aus der Kohleverstromung geben. Das wurde jedoch leider aufgeweicht. In der Abschlusserklärung heißt es jetzt. Ja, das 1,5 Grad Ziel soll, Zitat, in Reichweite gehalten werden. Das heißt also natürlich nicht, dass man es erreichen möchte. Es läuft im Ergebnis also wohl eher auf ein 2 Grad Ziel hinaus. Auch Klimaneutralität heißt jetzt nicht mehr bis 2050, sondern, Zitat, bis zur Mitte des Jahrhunderts. Russland hat schon gesagt, also wir peilen mal 2060 an. Es gibt also überhaupt kein klares Datum. Und das Ziel der Klimaneutralität ist also ein bisschen auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben worden. Denn mal ganz ehrlich, 2060, das wäre in fast 40 Jahren. Und das bedeutet insbesondere, dass eben jetzt konkret heute wenig passieren muss. Und auch dieser Ausstieg aus der Kohleverstromung wurde abgeschwächt hin zu einem Ausstieg aus der Förderung neuer Kohlekraftwerke durch öffentliche Darlehen, also staatliche Darlehen und Kredite, während also weiterhin eine Finanzierung über private Banken möglich ist. Man muss es sehr deutlich sagen, das waren also gar keine klaren Vorgaben zum Klimaschutz. Es waren wachsweiche Absichtserklärungen. Und insbesondere hat das jetzt überhaupt nicht dazu geführt, dass jetzt in näherer Zeit unmittelbare Handlungen erforderlich sind. Also ich würde mal denken, Philipp, da haben die G20 für diesen Gipfel in Glasgow ein ganz schlechtes Vorbild abgegeben. Ja, denn sowas lebt natürlich auch immer von Vorreitern, Leuten und Staaten, die vorangehen. Und zumal die G20, die, ich habe es gesagt, für 80 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich sind, da ist schon ziemlich klar, dass sie eine überdurchschnittliche Verantwortung haben. Und gerade vor dem Gipfel hätte man sich da wahrscheinlich mehr gewünscht. Aber kommen wir jetzt mal zu diesem Gipfel. Der hat ja in Glasgow jetzt begonnen. Ich war, das ist so ein bisschen eine kleine Anekdote, am Wochenende im Harz. Und war ehrlich gesagt überrascht, wie sehr der Harz vom Klimawandel schon geprägt ist. Also ich weiß nicht, ob du mal da warst in letzter Zeit? Nicht in den letzten Jahren, nee. Das ist wirklich, ja, also so ein bisschen apokalyptischer Anblick eigentlich. Denn die großen Nadelholzwälder da im Harz, die sind eigentlich alle tot, muss man sagen. Also ich habe da mal so ein Foto reingestellt, auch in die Kapitelmarken. Das ist nicht irgendwie nur mal ein Baum irgendwie kaputt, sondern die sind einfach im Arsch. Das heißt, das sind Brachflächen quasi? Ja, Brachflächen, zum Teil abgemäht, zum Teil liegen die Bäume da einfach rum. Zum Teil stehen sie aber auch nadelfrei als graue Stangen in der Gegend herum. Und das liegt einfach daran, ja, der Borkenkäfer hat sie aufgefressen. Der Borkenkäfer hatte natürlich wegen der Monokulturchancen, aber eben auch wegen großer Trockenheit, die natürlich immer mehr werden wird. Da haben wir drüber geredet, extreme Wetterereignisse. Jetzt sagen die Harzer und die Umweltverwaltung und die Naturparkverwaltung, ja, wir lassen die Bäume liegen. Und da wird sich dann schon ein naturnah, so die Hoffnung, ein naturnah Wald entwickeln. Aber das war schon schockierend und hat mir auch nochmal wirklich deutlich vor Augen geführt. Wir sind knietief im Klimawandel, in der Klimakrise drin. Und deswegen richten sich natürlich in diesem Jahr auch alle Augen auf diese Klimakonferenz in Glasgow. Die läuft jetzt eben seit dem Sonntag. Das ist schon die 26. Klimakonferenz, die da jetzt in Glasgow begonnen hat. Montag und Dienstag werden an die 130 Staats- und Regierungschefs in Glasgow einlaufen. Also die Konferenz ist schon ziemlich high profile besetzt. Da sind also schon hochrangige VertreterInnen der verschiedenen Staaten da. Ja, warum eigentlich COP? Ja, das steht für Conference of the Parties. Und gemeint sind damit die Parteien der Klimarahmenkonvention von 1992. Damals wurde schon der Startschuss für den globalen Kampf gegen den Klimawandel gegeben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, als ich das jetzt las in der Vorbereitung, dachte ich nur, wie krass ist das denn? So lange wird schon diskutiert, seit 30 Jahren. Und umso ernüchternder ist doch, wenn man feststellt, dass die weltweiten Emissionen bis heute ansteigen. So ist es. Die sind deutlich mehr geworden, sind immer weiter Emissionen dazugekommen. Und 1992, da hat die Diskussion ja nicht begonnen. Da war halt das erste große Klimatreffen. Aber so diese Diskussion, die hat Mitte, Ende der 80er von Wissenschaftlern begonnen und wurde losgetreten. Und die Erkenntnisse von damals sind eigentlich alle genau so eingetreten. Du, Philipp, ganz ehrlich, ich habe neulich auf Twitter gesehen, da teilte jemand einen Beitrag aus irgendeinem dritten Programm von 1978, glaube ich. Also Ende der 70er Jahre, also vor über 40 Jahren, wo schon so die Grundzüge des Klimawandels geschildert wurden. Und dass wir da ganz dringend was tun müssen, weil sich sonst einfach unser Wetter, unser Klima drastisch verändern wird. Also wenn man sich das überlegt, dann ist das schon echt schockierend. Aber gut, Philipp, umso besser, dass es überhin diese weltweite Konferenz gibt. Warum treffen die sich denn jetzt eigentlich? Naja, die treffen sich jährlich, um halt diesen doch ziemlich recht komplexen Prozess der Klimadiplomatie voranzubringen. Ursprünglich war auch für 2020 diese große Konferenz jetzt angesagt, die ist halt wegen Corona verschoben worden. Diesmal ist es aber besonders dringend, weil dieser Klimavertrag von Paris aus dem Jahr 2015 für das Jahr 2020, also für die Konferenz, die erst jetzt stattfinden kann, einen wirklichen Meilenstein gesetzt haben. Zur Erinnerung nochmal, in Paris haben sich ja damals erstmals wirklich alle Staaten zum Klimaschutz völkerrechtlich verpflichtend bekannt und das unterschrieben. Zwei Grad Celsius soll die Erderwärmung limitiert werden, möglichst auf 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter. Der Preis aber dafür, dass alle mitgemacht haben, war, die Staaten sollen selber regelmäßig melden, wie viel sie reduzieren wollen. Ja, es gibt also kein verbindliches Ziel, sondern jeder Staat soll selber sagen, wie viel sie reduzieren wollen. Und es gibt eben keine Sanktionsmöglichkeit. Das war der Preis, das alle mitgemacht haben. Der Druck, jetzt stärker zu reduzieren und weniger CO2 auszustoßen, der muss und soll alleine von Vorreiterstaaten kommen, von Staatenbünden wie der EU, die vielleicht vorangehen, von der Öffentlichkeit. So soll das funktionieren. Und 2020 ist nun deshalb, also die Konferenz, die jetzt gerade stattfindet, ist nun deshalb so wichtig, weil damals in Paris 2015 gesagt wurde, also 2020, da müsst ihr alle, die hier unterschrieben haben, ehrgeizige Ziele festlegen. Ihr müsst sagen, wie viel wollt ihr national CO2 reduzieren und ihr müsst besser sein als das, was ihr 2015 gemacht habt. Ja, und da muss man natürlich sagen, unterm Strich hat das nicht so wirklich geklappt. Ja, es gibt die eine oder andere gute Nachricht. Also zum Beispiel die Europäische Union und auch die Vereinigten Staaten haben durchaus nachgebessert. Aber viele Staaten haben das eben seit 2015 nicht geschafft oder viel zu wenig. Beispielsweise lahmt insbesondere der weltgrößte CO2-Emittent, das ist China, das Land, auf das etwa 30 Prozent der weltweiten Emissionen von CO2 entfallen. Da gab es bislang relativ wenig konkrete Ankündigungen. Ganz im Gegenteil, es wird weiter massiv in Kohlekraftwerke investiert. Wobei China dann immer so, sagen wir mal, so weit in der Zukunft in Aussicht stellt, dann aber mittelfristig schon auch irgendwie klimaneutral werden zu wollen. Aber bislang gehen die Schritte eher in die falsche Richtung. Und auch der Plan der EU, ja, wir haben das ja vielfach in der Lage diskutiert, reicht noch nicht für das 1,5-Grad-Ziel. Und deswegen sagt das Klimasekretariat der UNO, ja, mit den aktuellen Zusagen der einzelnen Staaten und Staatenbünde wie der EU steuern wir momentan auf 2,7 Grad statt 1,5 Grad Erderwärmung zu. Und das auch nur dann, wenn all diese Ankündigungen auch wirklich umgesetzt werden, ja. Also wenn diese ganzen Zusagen eingeheilt werden können, dann liegen wir 2030 immer noch 16 Prozent über dem CO2-Ausstoß von 2010. In den 30er Jahren könnte der CO2-Ausstoß, selbst wenn das alles umgesetzt wird, allenfalls stagnieren. Dagegen musst du aber halten, für eine realistische Chance auf 1,5 Grad, da brauchen wir 2030 eine Halbierung der globalen Emissionen gegenüber 2010. Das heißt also, statt minus 45 Prozent bis 2030 laufen wir jetzt auf plus 16 dazu. Ja, und selbst für zwei Grad bräuchten wir nicht plus 16 bis 2030, sondern minus 25. Also das zeigt schon dieses 1,5 Grad Ziel, das ist zwar technisch, physikalisch noch machbar, politisch ist das aber, glaube ich, muss man so frustrieren. Das ist sagen, das ist eher unwahrscheinlich, dass wir das noch erreichen. Und man fragt sich so ein bisschen, was soll denn noch eigentlich passieren? Also in praktisch allen großen Industrieländern sind ja die ersten wirklich gravierenden Auswirkungen des Klimawandels schon spürbar. Also es ist jetzt nicht mehr so wie Ende der 70er, was wir eben zitiert haben, wo das quasi Projektionen waren von WissenschaftlerInnen, sondern wir haben ja inzwischen ganz konkrete Auswirkungen quasi jeden Tag in der Zeitung oder im Fernsehen. Und insofern ist es umso unverständlicher, dass die politisch verantwortlichen Menschen da einfach immer noch keine wirklichen einschneidenden Maßnahmen beschlossen haben. Aber Philipp, vielleicht so ein bisschen nochmal in die Zukunft geschaut. Was soll denn jetzt die COP-Konferenz bringen? Was wollen die da eigentlich genau besprechen? Ja, also es gibt so einen technischen und politischen Teil. Also der technische ist, dass es ja diesen Vertrag von Paris von 2015 gibt. Und viele dachten, der ist jetzt beschlossen, der gilt und fertig. Tatsache ist aber, dass ganz viele Fragen in diesem Vertrag noch völlig ungeklärt sind. Und eben jetzt auf solchen Konferenzen wie dieser hier weiter umgesetzt und konkretisiert werden müssen. Also so ganz banale und basale Fragen wie, wie werden eigentlich Emissionen und deren Reduktion genau gemessen? Wie machen wir das, dass das auch wirklich für alle Staaten vergleichbar ist? Wie werden auch grenzübergreifende Emissionen angerechnet? Also der Artikel 6 in diesem Pariser Klimaabkommen zum Beispiel, der erlaubt, dass reiche Länder wie Deutschland in ärmeren Ländern Klimaschutzmaßnahmen finanzieren. Beispielsweise in einem afrikanischen Land. Und da ist die Frage, ja okay, wenn wir jetzt bei uns in Deutschland Klima reduzieren und wir zahlen dann auch noch für Reduktion meinetwegen in Ghana. Wem wird dann das angerechnet? Deutschland und Ghana oder nur Ghana? Und da würde man ja denken, ist doch klar, das wird Ghana angerechnet, weil da passiert es halt. Und deswegen zahlen wir ja dafür. Aber so Länder wie Brasilien, die sagen, wenn wir sowas machen, dann soll das auch uns angerechnet werden. Das ist natürlich absurd, aber um solche Sachen geht es. Ganz kurz nur zu diesem Punkt, den du gerade angesprochen hast. Also natürlich ist Quatsch, dass die Emissionseinsparungen quasi doppelt gut geschrieben werden. Denn es geht ja hier bei diesem ganzen Zirkus nicht darum, quasi irgendwelche Bilanzen zu schönen, sondern ganz im Gegenteil. Wir müssen halt einfach netto dafür sorgen, dass weniger von diesem CO2 in die Atmosphäre kommt. Also deswegen sagst du absurd. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal so ein bisschen um die Ecke denkt, es geht ja auch immer so ein bisschen um politische Anreize. Und möglicherweise kann es durchaus Sinn machen, zu irgendeiner Form von Anrechnung zu kommen, die auch die Finanzierung von Klimasparmaßnahmen, sagen wir mal, politisch in den Ländern reizvoll macht, wo eben quasi das Geld herkommt. Also möglicherweise könnte man einfach sagen, man teilt sich diese Emissionsminderungen. Also ich bin wirklich kein Experte für diese Frage, aber ich könnte mir vorstellen, es muss ja auch alles immer irgendwie in dem Heimatland quasi verkauft werden politisch. Die gesellschaftliche Akzeptanz hergestellt werden. Und dann könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass das sinnvoll ist. Denn häufig ist es ja so, dass in Ländern, wo quasi jetzt noch keine CO2-schädliche Wirtschaft wirklich etabliert ist, es möglich ist, von vornherein auf klimaschonendere Varianten zu setzen. Das ist häufig ja sogar billiger, als wenn man einmal so wie in den Industrieländern auf einem völlig falschen Weg ist und dann richtig umsteuern muss. Genau, das ist sicherlich eine wichtige Frage, über die wird debattiert werden, dass es ein verwandtes Thema ist. Die ärmeren Länder sagen, ihr habt jetzt die letzten, was, 100 Jahre euer Wachstum durch CO2-Emissionen vorangetrieben. Wir müssen jetzt die Zeche dafür zahlen. Das machen wir nur, wenn ihr uns dabei unterstützt. Viele Länder der ärmeren Welt des globalen Süden haben auch gesagt, na gut, wir können irgendwelche Reduktionspläne verabschieden. Die sind aber an die Bedingung gebunden, dass ihr uns dabei finanziell unterstützt. Und deswegen gibt es die Idee, die Industrieländer, die reichen Länder müssen pro Jahr 100 Milliarden Dollar oder Euro, das weiß ich jetzt gerade nicht, jedenfalls 100 Milliarden im Jahr zusammenkriegen, um eben ärmere Länder den Kampf gegen den Klimawandel zu finanzieren oder mitzufinanzieren. Das ist eine Idee, die ist, glaube ich, in Kopenhagen entstanden 2009. Bisher sind da so 80 Milliarden pro Jahr im Topf. Das reicht noch nicht. Und wahrscheinlich werden diese 100 Milliarden nicht dieses Jahr bei der Konferenz beschlossen, sondern vielleicht erst übernächstes oder noch später im Jahr 2025. Also das ist insofern Rückschlag, weil natürlich die ärmeren Länder hier mitziehen müssen. Und das machen sie umso leichter, je klarer auch die Finanzierung ist. Letztes Thema, was auch noch behandelt werden wird, ist internationaler Klimaschutzhandel. Also kann es sowas geben wie ein Zertifikatehandel mit Klimaschutzmaßnahmen. Da sagen viele, da können sich dann auch Staaten freikaufen. Also das ist sehr offen. Aber diese riesige Lücke zwischen diesen Ambitionen, also das, was so die Staaten versprochen haben und das, was eigentlich notwendig wäre für 1,5 Grad, die wird wahrscheinlich erst in zwei Jahren auf einer Konferenz debattiert werden. Da steht sie in der Klimadiplomatie zumindest auf dem Programm. Die wichtigste Aufgabe jetzt ist, welche Maßnahmen werden denn die Staaten ergreifen, um die Ziele, die sie sich jetzt gesteckt haben, zu erreichen? Welche Maßnahmen? Denn diese Ziele, das ist das eine, die reichen noch nicht, aber immerhin haben sie Ziele. Aber auch diese Ziele sind ohne Maßnahmen und ohne Plan dorthin, sind diese Ziele nur Wünsche. Und das ist ja genau das Problem, das wir auch in Deutschland mit dem sogenannten Klimaschutzgesetz erlebt haben. Und wo das Bundesverfassungsgericht aus diesen ganzen Sprechblasen so wunderbar die Luft rausgelassen hat, dem es im Grunde gesagt hat, nein Leute, das reicht eben einfach nicht. Jetzt werdet doch endlich mal konkret. Und jetzt ist natürlich die Frage, Stichwort COP in Glasgow, was sind die Aussichten? Man muss ganz offen zugeben, das ist im Vorfeld schwer zu sagen. Wir haben gerade schon geschildert, die Ausgangslage ist jetzt nicht die beste. Wenn man die Staaten einfach mal darin misst, was sie bislang an konkreten Schritten angegeben haben, dann sieht es ziemlich düster aus. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Europäische Union hat einen wenigstens vergleichsweise ehrgeizigen Plan. Ja, reicht noch nicht für das 1,5 Grad Ziel. Aber immerhin ist es ein umfassendes Maßnahmenbündel mit konkreten Schritten. Haben wir in der Lage mehrfach erläutert. Und ganz wichtiger Punkt, die Vereinigten Staaten sind wieder an Bord. Nach China mit rund 18 Prozent der zweitgrößte Emittent. Ja, China ist ja für etwa 30 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Und die USA haben sich immerhin Ziele gesetzt, die denen der Europäischen Union in gewisser Hinsicht ähneln. Auf der anderen Seite muss man sehen, die USA sind innenpolitisch ein zerrissenes Land. Gerade die RepublikanerInnen sind sehr oft gegen Klimaschutz. Es gibt sogar echte KlimawandelleugnerInnen bei den Republikanern. Und auch einige Demokraten stehen eher auf der Bremse. Jetzt zum Beispiel musste Joe Biden gerade sein großes Wirtschaftsförderungspaket, das ja eben auch eine massive Klimaschutzkomponente haben sollte, zurückfahren. Weil nämlich eine entscheidende Stimme zu fehlen drohte, nämlich die Stimme eines demokratischen Senators aus West Virginia. Und West Virginia, muss man wissen, ist ein Land, ein Bundesstaat der USA, wo sehr viel Kohle abgebaut wird. Und dieser Mann denkt halt mehr an seine Jobs in seinem Bundesstaat als an den Klimawandel. Und dementsprechend hat er Joe Biden, das jetzt verkürzt, aber im Kern stimmt das schon. Also deswegen hat er Joe Biden letztlich gezwungen, ganz massiv auf Klimaschutzeffekte in diesem Subventionsprogramm zu verzichten. Reihenweise-Staaten wollen immerhin netto null bis Mitte des Jahrhunderts anstreben. Sogar Länder wie Russland, Saudi-Arabien, Australien, das sind gute Nachrichten. Und auch die Industrie macht in sehr vielen Ländern Druck für mehr Klimaschutz. Häufig sind also Industrieunternehmen nicht selten gescholten, im Kern fast schon weiter als die politisch Verantwortlichen. Ja, auch hier in Deutschland hat vor kurzem der BDI eine Studie vorgestellt, die sich ganz wesentlich deckt mit diesen Studien von der Agora-Energiewende, die wir hier vorgestellt haben. Also auch bei dem größten Lobbyverband der Industrie in Deutschland ist angekommen. Wir müssen hier hart politisch auch eingreifen, um die Welt auf den richtigen Kurs zu bringen. So, das ist ein bisschen auf der Haben-Seite. Andererseits, wir haben es am Anfang gesagt, haben viele Staaten eben keine hinreichenden Reduktionspläne vorgelegt. Einige überhaupt keine Reduktionspläne. Es gibt immer noch viele Bremser wie Bolsonaro in Brasilien. Ja, China hat bisher auch viel von Reduktion gesprochen, aber da wenig Konkretes vorgelegt. Auch jetzt vor der Konferenz nochmal konkrete Ankündigungen macht, die aber auch nicht über das hinausgehen, was bisher schon angesagt war. Chinas Staatspräsident Xi Jinping, der kommt gar nicht erst nach Glasgow, sondern meldet sich irgendwie schriftlich. Aber ich war auch schon mal auf so einer Konferenz 2009 in Kopenhagen. Das Ding dauert zwei Wochen. Da sind zehntausende von Leuten, NGOs, da hocken ganz viele Experten und Expertinnen, Unterhändler, Unterhändlerinnen zusammen. Da kann eine Menge passieren. Die haben das jetzt so ein bisschen geändert. Damals in Kopenhagen war es noch so, erst wird verhandelt, am Ende kommen die Staatschefs und müssen dann in Nullkommanix die kritischen Fragen klären. Daraus haben sie gelernt und gesagt, okay, dann kommen die jetzt schon mal am Anfang der Konferenz, Montag, Dienstag, also heute und morgen. Dann kommen die Unterhändler und Unterhändlerinnen zusammen und versuchen diese strittigen Fragen zu klären und das wirklich rauszudestillieren, was sie lösen können. Und ganz am Ende kommen noch mal die Staats- und Regierungschefs, um die hoffentlich dann wenigen strittigen zentralen Fragen noch festzuzimmern. Also ja, es geht alles zu langsam. Wir sind jetzt bei 1,2 Grad, wahrscheinlich 2030 schon bei 1,5 Grad. Ja, es ist frustrierend. Aber diese Konferenzen, glaube ich, sind einfach der einzige Weg, wie wir da vorankommen. Es gibt keinen besseren. Ja, das ist, glaube ich, das Ding. Die Konferenzen sind tatsächlich so der einzige Weg, wie man das international koordinieren kann. Wir haben eben keine Weltregierung. Es gibt eben nicht das eine Weltparlament, das ein großes Klimaschutzgesetz verabschieden könnte, das dann in allen knapp 200 Staaten auf dieser Welt automatisch gilt. So läuft es eben einfach nicht. Man kann sich nur zusammensetzen und hoffen. Und ich meine, es gibt ja auch da wiederum positive Signale. Selbst die Bremserstaaten wie zum Beispiel Australien, das ja nach wie vor massiv auf Kohleverstromung setzt, hat doch irgendwie schon verstanden, dass fossile Brennstoffe jedenfalls ein Auslaufmodell sind. Und wie gesagt, viele Industriebereiche steuern um. Die wollen dann eben einfach nur klare Rahmenbedingungen. Und das ist eben so das Ding. Es braucht halt klare und strenge Rahmenbedingungen, damit das weltweit einheitlich klappt. Ja, damit sich klimaschädliches Verhalten nicht lohnt. Die Europäische Union denkt ja zum Beispiel auch schon darüber nach, quasi Schutzzölle zu verhängen gegen Importe, die unter Verletzung von Klimaschutzvorgaben produziert worden sind. Und noch besser wäre es aber natürlich, wenn einfach weltweit einheitliche Vorgaben gelten würden, damit solche Schutzzölle gar nicht mehr erforderlich sind. Also letztlich muss man glaube ich sagen, es kann jetzt alles passieren auf dieser Konferenz. In Kopenhagen waren am Ende alle enttäuscht. In Paris 2015 hingegen waren alle überrascht, dass doch mehr rauskam als erwartet. Von den sogenannten Paris-Zielen ist jetzt fast jeden Tag die Rede. Das heißt also, die sind einfach schon ein Maßstab, an dem sich Staats- und Regierungschefinnen und Chefs jetzt messen lassen müssen. Insofern, wir werden alle sehen, was in Glasgow rauskommt. Die Lage bleibt am Ball. Und das Gute ist, solche Konferenzen, die haben einfach auch eine gewisse Eigendynamik. Und mit etwas Glück werden wir tatsächlich ambitionierte, konkrete Maßnahmen am Ende lesen können. Corona ist back. Und damit auch back in der Lage. Die epidemische Notlage von nationaler Tragweite wird wohl im November enden. Zumindest auf dem Papier, dazu sagen wir gleich noch was. Leider scheint das niemand mit dem Virus abgesprochen zu haben, denn die Inzidenzen gehen bundesweit steil nach oben. Aktuell sind wir über alle Altersgruppen bei 154 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen auf 100.000 Menschen. Aber regional ist die Lage sehr unterschiedlich dramatisch. Wirklich Entwarnung geben kann man kaum in einzelnen Landkreisen in Deutschland. Aber richtig schlimm sieht es zum Beispiel in Bayern aus. Da liegen einige Landkreise bereits über alle Altersgruppen gemessen bei einer Inzidenz von über 500. Das sind also mit die höchsten Werte, die wir in Deutschland überhaupt hatten. Und auch das Tempo des Anstiegs ist beachtlich. Beim aktuellen Anstiegstempo wäre spätestens zum rechtlichen Ende dieser epidemischen Lage am 25. November eine Inzidenz von mehr als 500 bundesweit erreicht. Das ist also mehr als eine Verdreifachung der Inzidenz bundesweit gegenüber dem Stand heute. Aktuell ist die Inzidenz etwa so hoch wie Ende Oktober vergangenen Jahres. Und wir erinnern uns, dass sie im vergangenen Jahr dann noch wochenlang weiter durch die Decke ging, bis es endlich sowas wie eine zaghafte Notbremse zum Winter hingab. Wir erinnern uns noch an den Lockdown über Weihnachten. Aber es gibt auch einzelne Indikatoren, die etwas positiver klingen als im Jahresvergleich. Damals wurden nämlich täglich mehr als 200 Menschen auf die Intensivstation aufgenommen. Aktuell sind es nur etwa 100 Neuaufnahmen pro Tag. Das klingt erst mal beruhigend und dennoch füllen sich die Intensivstationen bedenklich. Wir haben heute schon eine ähnliche Auslastung wie vor einem Jahr. Wie kann das sein? Der Grund, Patienten und Patientinnen werden immer jünger. Und das heißt, sie liegen viel länger auf den Intensivstationen, als Ältere das im vergangenen Jahr getan haben. Einfach, weil sie prinzipiell bei besserer Konstitution sind und länger gegen die Krankheit ankämpfen können. Deswegen liegen sie im Schnitt deutlich länger auf den Intensivstationen und belegen dort Betten. Das ist der eine Grund. Der zweite, viele Pfleger und Pflegerinnen haben einfach diesen Beruf den Rücken gekehrt. Die haben einfach gesagt, das geht nicht mehr, das wollen wir nicht, die Belastung ist zu hoch. Der Effekt davon ist, es gibt zwar noch Betten in vielen Intensivstationen, aber eben keine Menschen, die dort pflegen. Das heißt, diese Betten können nicht belegt werden. Und das wiederum heißt, die Kapazitäten der Intensivstation, die geht deutlich zurück. Einerseits, weil eben Pfleger und Pflegerinnen fehlen, aber andererseits, weil eben auch Betten wieder abgebaut wurden. Und das führt eben dazu, dass obwohl weniger Menschen auf die Intensivstationen eingeliefert werden, die Auslastung doch auf einem vergleichbaren Niveau ist wie letztes Jahr. Ja, der Modellierer Brockmann sagt, dass der Effekt dieser Impfungen sein könnte, dass wir zwar relativ viele heftige Wellen haben, diese Wellen aber schneller gebremst werden. Das heißt also, die Impfquote sorgt überhin dafür, dass sich der ein oder andere lokale Ausbruch dann schon wieder totläuft. Auf der anderen Seite aber führt das eben doch nicht zu der großen Entlastung der Intensivstationen, auf die man gehofft hatte, weil die Opfer eben länger auf den kleineren Intensivstationen liegen. Und so addiert sich unter dem Strich die Belastung und wir können überhaupt keine Entwarnung geben, was die Situation auf den Intensivstationen angeht. Außerdem bemerkenswert, Philipp, die Altersverteilung bei den Corona-Infektionen. Genau, betrachtet man die gemeldete Inzidenz, also Leute, die sich anstecken nach Altersgruppen, so ist das Infektionsgeschehen bei den 5- bis 19-Jährigen besonders hoch, also Kinder und Jugendliche. Die Altersgruppe 70 bis 80 ist bei rund 50 die Inzidenz, bei den 5- bis 14-Jährigen bei über 200. Und in einigen Landkreisen bei Schulkindern auch noch deutlich höher. Das ist natürlich ein verzerrt ein bisschen, wenn es in diesen Landkreisen wenig Einwohner, Einwohnerinnen gibt, dann können natürlich einzelne Ausbrüche zu einer enormen Inzidenz führen. Aber trotzdem, die Tendenz, glaube ich, ist klar und daher die Frage, Wolf, wird das jetzt von einer Rentner-Pandemie zu einer Kinder-Pandemie? Das klingt ja erst mal so, wenn man davon liest, dass die Inzidenz in einigen Landkreisen bei Schulkindern über 1000 liegt, dann denkt man, jetzt sind wir tatsächlich bei einer Schulkinder-Pandemie hier angekommen. Auf der anderen Seite muss man halt sehen, die Impfungen schützen ältere Menschen offenbar sehr gut, auch vor Infektionen. Ja, es ist natürlich kein hundertprozentiger Schutz. Es gibt natürlich Impfdurchbrüche, Impfdurchbrüche in dem Sinne, dass die Menschen trotzdem infektiös sind. Es gibt auch Impfdurchbrüche, dass Menschen trotz Impfung noch krank werden. Kein Schutz ist hundertprozentig, aber ganz offensichtlich werden ältere Menschen einfach deutlich weniger von Corona betroffen, in welcher Schwere auch immer, als jüngere Menschen. Das sieht man sehr schön an den Grafiken, die quasi die Inzidenz nach Alter aufmalen. Da sieht man einfach sehr schön die Altersgruppen, die noch gar nicht geimpft werden können oder die eben erst relativ spät geimpft wurden und deswegen noch nicht ganz durchgeimpft sind. Oder wo halt Impfskepsis weit verbreitet ist. Diese Altersgruppen sind jetzt eben deutlich mehr von Infektionen betroffen. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ob hohe Inzidenzen trotz dieser Impfung überhaupt noch ein Problem sind, Philipp. Ja, ich würde sagen schon, A, das Virus ist nämlich überall. Das heißt, wir werden alle stets und überall mit diesem Virus konfrontiert. Auch wenn Kinder vielleicht nicht so schwer erkranken oder das Risiko, dass sie schwer erkranken, nicht so hoch ist wie bei Älteren. Trotzdem sind sie anstecken, können andere Leute anstecken. Das heißt, das Virus ist einfach da und es gibt demnach eine höhere Wahrscheinlichkeit der Exposition, also dass andere sich anstecken können. Und wer nicht geimpft ist, muss davon ausgehen, dass er sich früher oder später oder dass sie sich früher oder später ansteckt. Das Risiko ist extrem hoch. Davon kann man einfach ausgehen. Also niemand kann sich ernsthaft Hoffnung machen, dass er sich nicht infizieren wird, wenn er nicht geimpft ist. Und das bringt halt immer das Risiko von Long-Covid mit sich. Also auch wenn die Sterberate je nach Alter und je nach Vorerkrankung natürlich unterschiedlich ist, vom Promillbereich bis Prozentbereich. So muss man sehen, das Risiko von Long-Covid trifft alle, insbesondere auch Kinder. Und das bedeutet monatelange Schwäche, kognitive Störungen, alle möglichen Ausfallerscheinungen und wie die Langzeitfolgen sein werden, wissen wir noch gar nicht. Außerdem muss man sehen, wenn viele Menschen mit dem Coronavirus infiziert sind, steigt auch das Risiko von Mutationen. Und natürlich auch das Risiko von Impfdurchbrüchen, kann man sich vorstellen. Zwar ist die Wahrscheinlichkeit eines Impfdurchbruchs, Klammer auf, Infektion oder sogar Erkrankung, Klammer zu, relativ gering im einstelligen Prozentbereich wohl. Aber wenn natürlich das Virus tatsächlich überall ist, weil so viele Menschen krank sind, weil so viele Kinder insbesondere infiziert sind, dann ist das Risiko auch sehr, sehr hoch, dass sich ein Mensch das einfängt. Und damit steigt die absolute Zahl auch von Menschen, die trotz vollständiger Impfung sich infizieren. Und gerade wenn das dann eben auch ältere Menschen trifft, die ja eben eine relativ hohe Impfquote haben, dann hat das auch unmittelbar einen Einfluss auf die Belastung der Kliniken. Aus diesen Gründen waren eigentlich alle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich damit ernsthaft beschäftigen, die Lage ist ernst und wir können auf keinen Fall einfach irgendwas lockern. Ja, bevor wir dazu konkret kommen, hier noch vielleicht noch ein kurzer Hinweis auf diese sogenannte Hospitalisierungsinzidenz und auf diesen Streit um die richtigen Indikatoren. Also wie messen wir eigentlich diese Pandemie, die ja jetzt noch nicht vorbei ist, sondern jetzt in die nächste Runde geht. Was sind eigentlich die richtigen Indikatoren, die richtigen Zahlen, um da zu messen, was vor sich geht. Und da gibt es im Gesetz mittlerweile die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz. Es gibt aber auch einen, viele sagen besseren Vorschlag, die sogenannte risikoadjustierte Inzidenz. Also was ist das Problem mit der Hospitalisierungsinzidenz, die ja schon im Infektionsschutzgesetz drinsteht als ein maßgeblicher Faktor? Die stellt dar, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner wegen Corona ins Krankenhaus müssen. So weit, so gut. Das klingt erstmal vernünftig. Das Problem ist aber, man würde ja denken, es kommt jemand mit Corona, mit Covid ins Krankenhaus, wird getestet, wird festgestellt, in Computer eingegeben und eine Sekunde später ist das in irgendeinem Register, in irgendeiner Datei, in irgendeiner Datenbank beim RKI und wird dann am nächsten Tag gemeldet. Die Realität sieht ganz anders aus. Bis diese Meldungen aus den Krankenhäusern zum RKI gelangen und irgendwie öffentlich werden, vergehen zwei, drei, manchmal vier Wochen. Das heißt, diese Hospitalisierungsinzidenz, die bildet die Realität in den Krankenhäusern kaum mehr ab. Sondern die Realität wird systematisch unterschätzt. Also der Spiegel schreibt hier bezüglich auf ein Papier vom Rhein-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung, das Problem mit der Hospitalisierungsinzidenz sei, bis zu 48 Prozent der Krankenhausaufnahmen würden nicht tagesaktuell gemeldet, sondern dem jeweiligen Datum nachträglich zugeordnet, heißt es in dem Papier. Der zeitliche Verzug betrage meist zwei, teilweise sogar vier Wochen. Aber die gab es ja immer schon. Also auch bei der Meldung von Infektionsermittlungen durch PCR-Tests gab es ja gewisse Verzögerungen. Also diese Meldeverzögerung hast du quasi bei allen Messwerten, so peinlich das sein mag. Aber die gibt es halt nur bei der Hospitalisierungsinzidenz gibt es noch das Spezialproblem, dass es natürlich von der Infektion etwa zwei bis drei Wochen dauert, bis Menschen tatsächlich ins Krankenhaus aufgenommen werden. Long story short, diese Hospitalisierungsinzidenz taugt allenfalls als Indikator dafür, ob die Krankenhäuser kurz vor dem Zusammenbruch stehen. Aber sie taugt insbesondere nicht als Frühwarnzeichen, wenn die Pandemie außer Kontrolle gerät. Das heißt, wenn man so will, warnt sie überhaupt nicht, sondern sie zeigt nur an, dass die Katastrophe schon da ist. Und das bedeutet, dass auf der Grundlage der Hospitalisierungsinzidenz insbesondere keine rechtzeitige Reaktion auf sich abzeichnende Eskalationen bei der Pandemie mehr möglich sind. Und deswegen ist die sicherlich eine Zahl, die man berücksichtigen muss. Aber insbesondere für die Früherkennung von sich zusammenbrauendem Unheil ist das eher ein Problem, glaube ich. Ja, und dagegen wird jetzt halt ein besserer Indikator jetzt ins Feld geführt, die sogenannte risikoadjustierte Inzidenz. Und die trägt Rechnung der Tatsache, dass eine Inzidenz nach Alter gewichtet sein sollte. Also, dass natürlich es einen riesigen Unterschied macht, ob 90-Jähriger eine oder ein 90-Jähriger infiziert ist. Denn er oder sie stellt natürlich ein potenziell höheres Risiko für die Überlastung des Gesundheitssystems dar, als wenn ein 18-Jähriger oder eine 18-Jährige infiziert wird. Und deswegen, so der Vorschlag, könnte man die Inzidenz einfach nach dem Alter gewichten. Also Inzidenzen in höherem Alter haben mehr Gewicht als Inzidenzen in jüngerem Alter. Und die Forscher, die der Spiegel da vorstellt, die haben das eben auch mal modelliert an den Daten der Vergangenheit und haben da eine sehr hohe Treffsicherheit festgestellt. Also, was sollen wir jetzt eigentlich tun mit den Inzidenzen? Ja, und vor allem stellt sich natürlich die Frage, wie kriegt man sie wieder runter? Und da ist es wie von vornherein im Grunde, seit wir die Pandemie haben, immer schwierig zu sagen, dieser Faktor spielt genau welche Rolle, ja. Also insbesondere ist zum Beispiel nicht so hundertprozentig klar, worauf eigentlich die schwankenden Inzidenzen und die vielen kleinen Wellen in verschiedenen europäischen Staaten im Sommer eigentlich beruhten. Da gab es immer mal wieder Ausreißer nach oben, die aber häufig ohne, dass irgendwelche konkreten Maßnahmen eingeleitet wurden, sich auch wieder tot liefen. Insofern, ganz genau weiß man es nicht. Aber eins zeichnet sich doch sehr deutlich ab. Radikale Lockerungen scheinen der Fallschwägig zu sein. Dänemark beispielsweise hat ja dank einer relativ hohen Impfquote sich vor ein paar Wochen getraut, einen sogenannten Freedom Day auszurufen, wo also sämtliche Corona-bedingten Beschränkungen entfallen sind. Sogar so minimalinvasive Maßnahmen wie die Maskenpflicht. Und das Ganze hatte dramatische Auswirkungen. Dort ist die Inzidenz inzwischen durch die Decke gegangen. Die Zahlen steigen steil an. Das kann also sicherlich nicht das richtige Mittel sein, um mit den steigenden Zahlen umzugehen. Und in dieser Situation jetzt hat Jens Spahn vor einigen Tagen für Schlagzeilen gesorgt, weil er eben vorgeschlagen hat, das Ende der sogenannten pandemischen Lage von nationaler Tragweite auszurufen. Und wenn der Bundestag einfach nichts macht, dann läuft die gegenwärtige Feststellung dieser pandemischen Lage Ende November aus. Ja, und auch weil die Ampelparteien das vor allen Dingen durchaus auch befürworten. Also das ist nicht mehr nur ein Vorschlag von Jens Spahn. Also alles sieht danach aus, als würde die pandemische Lage nationaler Tragweite auslaufen und beendet werden. Die Folge davon wäre, dass Präventionsmaßnahmen wie zum Beispiel Maskenpflicht nur noch möglich wären, wenn die Länder jeweils einzeln eine pandemische Lage für ihr Bundesland feststellen. Das heißt nicht, dass diese Maßnahmen nicht mehr möglich sind. Sie sind halt nur nicht mehr per Verordnung auf Bundesebene möglich, sondern die Bundesländer müssten es dann selber machen. Und ich meine, das haben wir gesehen, wie einheitlich die da vorgehen. Ja, ich würde auch sagen, also das klingt jetzt erst mal so charmant. Ja, die Pandemie ist besiegt und wir heben jetzt mal diese Feststellung der pandemischen Lage auf. Aber ich halte das ehrlich gesagt für ein völlig unnötiges Risiko. Nur weil diese Feststellung getroffen ist, muss man ja noch keine einschränkenden Maßnahmen verhängen. Man hat eben nur die Möglichkeit dazu, wenn es die regionale Corona-Lage erfordert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Philipp, ich traue den Ländern da keinen Millimeter über den Weg. Ja, die sind in den letzten 20 Monaten so oft so unkoordiniert, so populistisch vorgegangen, haben sich quasi die Lage schön geredet, um dann Maßnahmen zu spät oder gar nicht zu treffen. Insofern, das halte ich für den völlig falschen Weg. Ich meine, die Länder müssen ja immer noch was tun. Aber jedenfalls diese pandemische Notlage, die müsste doch angesichts der Zahlen dringend verlängert werden. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich verstehe das auch gar nicht, wieso Jens Spahn jetzt noch diesem populistischen Impuls folgt. Ich meine, im Bund wurde doch gerade gewählt. Ja, niemand im Bund muss jetzt Angst davor haben, dass in ein paar Wochen wieder Bundestagswahlen anstehen. Insofern wäre das doch jetzt eine Chance, eben nicht den Leuten nach dem Munde zu reden, sondern vernünftig zu entscheiden, die eigene Verantwortung wahrzunehmen. Und dazu gehört eben auch, in einer solchen nationalen Krisensituation harte Wahrheiten auszusprechen. Wie gesagt, man muss ja jetzt nicht gleich wieder die Bundesnotbremse in Kraft setzen. Ja, das ist ja zweierlei. Man muss ja keine Maßnahmen treffen auf der Grundlage dieser pandemischen Notlage. Aber zumindest denke ich, die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, damit im Notfall schnell gehandelt werden kann, das sollte man sich doch nicht aus der Hand nehmen lassen. Die Sache ist jetzt, wie sie ist. Wir haben die Zahlen genannt. Der Winter steht vor der Tür. Die Zahlen gehen nach oben. Ja, wir haben eine höhere Impfquote, über zwei Drittel im Vergleich zum letzten Jahr. Dass das trotzdem noch nicht die Rettung ist, haben wir auch geschildert. Die Frage ist, was können wir denn jetzt noch machen? Impfungen, klar, es gibt immer noch ein großes Problem darin bestehend, dass halt Kinder erst ab zwölf Jahren geimpft werden können mit einem zugelassenen Impfstoff. Es gibt in Europa noch keinen Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren, der zugelassen ist. Genau, und das ist anders als in den Vereinigten Staaten. Da kam gerade heute die Meldung, dass der Impfstoff von Biontech in den Vereinigten Staaten auch für die Altersgruppe unter zwölf Jahren, ich glaube ab fünf Jahren zugelassen worden ist. Klar, das muss natürlich formal auch in Europa noch geschehen. Aber das sollte jetzt auch sehr schnell geschehen, einfach um gerade die Kinder zu schützen, die sie in der Schule einem extrem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Dann sind es Booster-Impfungen, die, glaube ich, zu lange vernachlässigt wurden. Also diese dritte Spritze, denn es ist völlig klar und war auch immer schon bekannt, die Wirkung der ersten beiden Impfungen wird irgendwann, früher oder später, je nach Alter, je nach Impfstoff, nachlassen. Der wird nicht für ewig halten. Und deswegen war klar, es wird irgendwann eine dritte Impfung geben müssen. Damit können Impfdurchbrüche besser vermieden werden. Dafür müsste man aber wahrscheinlich, um das zu ermöglichen oder zu fördern, die Impfzentren wieder aufmachen, die ja warum auch immer zugemacht wurden. Und es müsste vor allen Dingen auch mobile Impfteams geben, die in Altenheime und Pflegestationen reingehen. Weil da eben Leute sind, die es dringend brauchen, aber nicht immer in der Lage sind, selber in so ein Impfzentrum zu tapern. Und das ist eben das Ding. Einige Bundesländer bekommen das auch ganz gut hin. Es gibt einige Bundesländer, die schon sagen, wir haben mit unseren mobilen Impfteams fast sämtliche BewohnerInnen von Altenpflegeeinrichtungen schon wieder geimpft. Das heißt also, die Menschen dort haben fast alle eine dritte Impfung bekommen. In anderen Bundesländern ist man da ganz am Anfang. Oder man hat gar keine konkreten Zahlen. Einfach, weil man nur weiß, wie viele Booster-Impfungen insgesamt vorgenommen worden sind. Aber das nicht nach Altersgruppen zum Beispiel aufgeschlüsselt hat. Aber jedenfalls ist klar, hier ist einiges verpennt worden. Man hat im Grunde nicht so richtig auf dem Zettel gehabt, dass Menschen, die im Januar, Februar ihre erste Impfpackung quasi bekommen haben, die ersten beiden Impfungen bekommen haben, dass die natürlich im Herbst wieder dran sein müssten. Man hat das irgendwie überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Es war aber, muss man dazu sagen, es war auch nicht von Anfang an bekannt, wie lange die Impfwirkung halten wird. Es war klar, sie hält nicht für ewig. Aber ob die jetzt für sechs Monate oder 18 Monate hält, das war nicht klar. Das wurde dann irgendwann klar. Und es wäre genug Zeit gewesen, sich darauf vorzubereiten. Aber es war nicht von Anfang an klar. Das dritte und wichtigste, Masken. Das ist in meinen Augen der minimalinvasivste Eingriff mit der größten Wirkung. Und was machen die Bundesländer? Sie streichen die Maskenpflicht in vielen Bundesländern in der Schule. Und das verstehe ich nicht. Das kann nicht wahr sein, oder? Es kann nicht wahr sein. Ich meine, klar, es nervt. Ich meine, Philipp und ich sind in den letzten Monaten auch schon mal vier, fünf Stunden am Stück Zug gefahren, mussten also vier, fünf Stunden am Stück irgendeine Maske tragen. Das nervt, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber es muss halt sein, meine Güte, wir sind halt in einer Pandemie. Es wirkt halt auch. Es ist halt eine Maßnahme mit einer erwiesenermaßen ziemlich großen Wirkung. Und ich finde, der Eingriff ist nervig, aber durchaus vertretbar. Der nächste Punkt, kostenlose Tests. Das hast du ja auch hier mal in der Lage angemerkt, als ich das irgendwie skizziert habe. Tests sollen kostenpflichtig werden. Also für all jene, die sich nicht impfen lassen wollen, die müssen sich dann testen lassen. Dann sollen sie auch dafür zahlen. Das war eben als Anreiz gedacht, sich auch impfen zu lassen. Man muss ja jetzt für seine Tests zahlen. Aber es ist wahrscheinlich wahr geworden, was du auch befürchtet hast. Nämlich, es schreckt eher ab, sich testen zu lassen. Ja, ganz genau. Die Anreize reichen nicht, beziehungsweise wirken nicht. Dazu kommen wir gleich noch. Die Impfmuffeligkeit ist weiterhin auf dem Höhepunkt. Was aber stattdessen eben eingetreten ist, ist, dass die Leute sich weniger testen lassen, weil es ja Geld kostet. Und so bleiben immer mehr Infektionen unentdeckt. Weil die Leute halt sagen, ach komm, wird schon gut gehen. Und insofern, das ist genau das Eigentor, das wir in der Lage befürchtet haben. Und ich denke, dieser Fehler müsste ganz dringend korrigiert werden. Mehr Druck auf Menschen, die eine Impfung verweigern. Da kann man über alles Mögliche nachdenken. Aber dass man für die Tests, die ja dazu dienen können, Corona-Ausbrüche im Zaum zu halten oder gleich von vornherein zu verhindern, dass man für so Tests zahlen muss, das ist ganz sicher der falsche Motivator, um sich impfen zu lassen. Ja, dann haben wir die Impfquote steigern. Das ist natürlich mit das Wichtigste. Und es gibt jetzt Umfragen, die einem so ein bisschen ein Gefühl dafür geben, wie sind denn die Leute so gepolt, die sich bisher nicht haben impfen lassen? Es sind, ja, das wissen wir, rund 30 Prozent der Menschen in Deutschland, die skeptisch einer Impfung gegenüberstehen und deswegen noch nicht geimpft sind. Die viel bedenklichere Zahl finde ich aber, Forsa-Umfrage, dass 88 Prozent von den Leuten, die sich bisher nicht haben impfen lassen, auch sich nicht impfen lassen wollen. Und zwar nicht, weil sie irgendwie keine Zeit hatten und ich habe es noch nicht geschafft, sondern nein, sie wollen das einfach nicht. Und da ist jetzt die Frage, kann man und sollte man versuchen, diese Menschen zu überzeugen? Genau, das ist natürlich das, was im Grunde die Politik in Deutschland seit der Einführung der Impfung Ende 2020 versucht hat. Man hat immer gesagt, es wird keine Impfpflicht geben und wir versuchen einfach, die Menschen davon zu überzeugen. Und man muss eigentlich sagen, das klingt auch nach einer sehr demokratischen Idee. Natürlich, Stichwort Verhältnismäßigkeit. Erstmal muss man es mit guten Argumenten versuchen, bevor man irgendwelche Zwangsmittel einsetzt. Insofern möchte ich das in aller Deutlichkeit sagen. Das ist eine Herangehensweise, die Philipp und mir sehr sympathisch ist. Das Problem ist nur, wenn man sich diese Zahlen anguckt und wenn man sich auch so die Diskussionen der letzten Wochen anschaut, dann ist mein persönlicher Eindruck, der Kampf um die Köpfe der Menschen ist nicht mehr zu gewinnen. Es gibt einfach einen gewissen Bodensatz von etwa 30 Prozent nicht geimpften Menschen und die sind größtenteils völlig fanatisiert in dieser Einstellung, ich lasse mich nicht impfen, no matter what. Und dazu muss man sagen, das ist Wahnsinn. Praktisch alle WissenschaftlerInnen sind sich völlig einig, eine solche Impfung muss sein. Wer das nicht tut, geht ein enormes persönliches Gesundheitsrisiko ein, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er sich Corona einfängt, nahe 100 Prozent ist. Und er ist außerdem noch unsolidarisch, weil er natürlich ein großes Risiko für seine Umwelt darstellt. Insofern gibt es eigentlich auf die Frage, lassen Sie sich impfen, nur eine Antwort, nämlich ja. Und das passiert aber eben nicht. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, warum passiert es nicht? Und eines der, wie soll ich sagen, am häufigsten zu hörenden Stichworte ist die Angst vor Langzeitfolgen. Und deswegen haben wir uns gedacht, greifen wir diesen Punkt noch einmal auf. Ja, und da muss man sagen, diese Impfung, egal welche wir nehmen, haben keine Langzeitfolgen. Und zwar egal, auf welchem Prinzip sie beruhen. Vektor, Totimpfstoff, mRNA. Die Probleme, die es gibt, das will man nicht totschweigen, die Probleme, die es gibt, die treten alle sehr schnell auf. Bei der Impfreaktion, also nicht Nebenwirkung, sondern die Impfreaktion, die Reaktion auf den Impfstoff. Ja, das passiert sofort, man fühlt sich krank, man fühlt sich ein bisschen fiebrig, zeigt halt, dass das Immunsystem arbeitet, dass die Impfung wirkt. Das passiert relativ schnell, das geht wieder weg. Dann gibt es aber auch Nebenwirkungen. Ja, sie sind sehr selten, Allergien, Herzmuskelentzündungen, haben wir drüber geredet, die gibt es, aber die sind alle sehr selten. Und der Punkt ist, der Impfstoff ist nach, ich weiß nicht genau wie viel, aber nach einer definierten Zahl von Tagen ist der aus dem Körper wieder verschwunden. Und es ist einfach so, je häufiger eine dieser Nebenwirkungen auftritt, desto schneller fällt sie auf. Denn es ist schneller offensichtlich, dass eine Nebenwirkung über das Normalmaß hinausreicht. Auch so Herzmuskelentzündungen und so, die treten auch bei normalen ungeimpften Menschen auf, immer schon in einem gewissen Maß. Und man muss halt feststellen, oh, jetzt treten sie häufiger auf, oh, das kann und wird mit der Impfung zusammenhängen. Also je öfter das passiert, desto schneller fallen solche Nebenwirkungen auf. Bei seltenen Nebenwirkungen, die treten auch sofort nach der, mehr oder weniger, innerhalb weniger Tage oder manchmal Wochen nach der Impfung auf. Aber bis der Zusammenhang zu dieser Impfung auffällt und entdeckt werden kann, kann es dauern. Das heißt aber nicht, dass die Nebenwirkung irgendwie erst Jahre später auftritt, sondern der Zusammenhang zwischen Impfung und dieser spezifischen Nebenwirkung, das kann eben dauern. Aber das liegt daran, dass diese Nebenwirkungen so selten sind. Ja, und jetzt muss man natürlich sagen, was diese Corona-Impfung angeht, die gibt es jetzt seit fast einem Jahr. Und wir haben weltweit rund sieben Milliarden Dosen verimpft. Sieben Milliarden Dosen. Und es gibt zugleich ein sehr gutes Monitoring, was Impffolgen und Impfschäden angeht. Einfach, weil die Aufmerksamkeit sehr, sehr ist. Und deswegen kann man einfach mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, es gibt ein geringes Restrisiko bei jeder Impfung. Aber es ist absolut kalkulierbar. Und die Wahrscheinlichkeit, dass quasi irgendwie nach Jahren deutlich wird, da gab es noch irgendein obskures Risiko, was keiner auf dem Zettel hatte. Diese Wahrscheinlichkeit ist überhaupt nicht mehr in Prozenten sinnvoll auszudrücken. Aber, und das muss man ja immer auf der anderen Seite sehen, die Risiken bei einer Erkrankung mit Corona sind gravierend. Da reden wir jetzt nicht von hypothetischen Wahrscheinlichkeiten 1 zu 1 Milliarde, so wie bei unklaren Impffolgen. Sondern die Risiken einer Erkrankung sind bekannt. Es gibt ein Todesrisiko, das irgendwo zwischen im Promille- bis Prozentbereich liegt. Es gibt ein erhebliches Risiko schwerer Verläufe, auf die Intensivstation zu müssen. Es gibt das Long-Covid-Risiko. Und es ist völlig klar, wer sich nicht impfen lässt, wird Covid bekommen. Und insofern gibt es nur diese eine Antwort. Es ist sinnvoll, sich impfen zu lassen. Alles andere ist irrational und unsolidarisch. Und man kann es überhaupt nicht mehr begreifen. Und trotzdem, und das muss man ja sehen, trotzdem erreicht diese wissenschaftlich völlig eindeutige und klare Botschaft ein Drittel der Menschen in Deutschland nicht. Die schwurbeln irgendwas von Langzeitfolgen, dieses, jenes, sonst was. Und haben irgendwie so ein komisches Gefühl im kleinen Zeh. Und da muss man sagen, wie kommt denn das? Wieso handeln im Grunde ein Drittel der Menschen in Deutschland irrational und unsolidarisch? Warum ist das so? Und mir fällt dazu einfach nur noch eine Erklärung ein. Es gibt einfach zu viel Bullshit. Es gibt zu viel YouTube mit irgendwelchen selbsternannten Schwurblern. Es gibt zu viel Telegram, wo Oma Lisa irgendwelche Gruselnachrichten weiter tweetet oder weiter schickt, die sie in ihrem Skatrunden-Chat gelesen hat. Es gibt zu viel Russia Today, wo ganz bewusst Desinformationskampagnen gestartet werden. Mit anderen Worten, es gibt einfach zu viele Fehlinformationen, die den Menschen das Hirn vernebeln. Und deswegen glaube ich, sind wir mit unserer, wie ich sagte, sehr sympathischen, sehr demokratischen Strategie am Limit. Mit der Strategie, die Menschen zu überzeugen. Die Botschaften von rational argumentierenden WissenschaftlerInnen kommen einfach nicht an gegen den Nebel der Desinformation über soziale Medien und über Messenger-Dienste. Und deswegen glaube ich, mit überzeugen, kommen wir nicht mehr weiter. Ja, wir haben, ich würde sagen, viele milde Mittel ausprobiert. Und jetzt braucht es einfach schnell mehr Druck, glaube ich. Also 3G in Innenräumen wäre so eine Sache. Aber wahrscheinlich ist die nächste Stufe, die sinnvoll einen Effekt haben wird. Einen messbaren Effekt 2G. Einfach 2G. 2G in Kinos, 2G bei der Arbeit, 2G in öffentlichen Verkehrsmitteln. Du musst einfach ein Zertifikat haben, was ausweist, du bist genesen oder du bist geimpft. Fertig aus. Und das Einzige, was du ohne ein solches Zertifikat von 2G noch darfst, ist natürlich einkaufen gehen. Das hilft ja nichts im Supermarkt. Man kann die Menschen nicht verhungern lassen. Sie müssen natürlich zum Arzt gehen können oder zur Ärztin. Sie müssen natürlich in die Apotheke können. Aber alles, was nicht der unmittelbaren Existenzsicherung dient, das darf eben einfach nicht mehr möglich sein. Und ehrlich gesagt, wie gesagt, am Arbeitsplatz, ich finde das völlig unzumutbar, dass Leute, die nicht alles dafür tun, sich und ihre Kollegen nicht zu gefährden, dass die noch arbeiten gehen dürfen. Ich kann das überhaupt nicht begreifen. Da hat die Politik, ehrlich gesagt, während der ganzen Pandemie, sagen wir mal, wachsweich gehandelt. Das hat natürlich auch, sagen wir mal, Folgeprobleme im Datenschutz. Dass es für Arbeitgebende nämlich gar nicht so einfach ist, den Impfstatus ihrer Bediensteten festzustellen. Da bräuchte es wahrscheinlich noch eine klarere gesetzliche Regelung. Das geht bislang nur in bestimmten Berufen. Und wenn wir das für alle Berufe klarstellen, jedenfalls sagen wir mal, für alle Berufe, die irgendwie in Innenräumen stattfinden, dann ist auch das Problem gelöst, wo man da die Grenze zieht. Wie steht es zum Beispiel mit Heilberufen? Wie kann es denn sein, dass Menschen heute noch im Krankenhaus arbeiten können oder auch in Pflegeheimen, die nicht geimpft sind? Wie kann man ernsthaft mit 80- und 90-jährigen Menschen jeden Tag umgehen, ohne dass man da Abstände einhalten kann, natürlich bei der Körperpflege zum Beispiel, und selber nicht geimpft sein? Das ist doch der blanke Wahnsinn. Es ist ja auch sachlich begründet. Es ist ja sachlich begründbar, warum Leute bei der Arbeit in Innenräumen geimpft sein sollen, müssen. Und es ist ja auch so. Das ist ja keine Pflicht, Philipp. Es ist keine Pflicht, aber du kannst dann halt nur zur Arbeit gehen, wenn du geimpft bist. Und das kann man ja auch sachlich begründen mit dem Schutz deiner Kollegen und Kolleginnen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden ansteckst, wenn du da infiziert auftauchst, im Innenraum acht Stunden sitzt, die ist nahe 100 Prozent. Es gibt Fälle, wo das nicht passiert, wo dann Leute nicht angesteckt werden. Aber das Risiko ist, finde ich, so groß, dass es nicht mehr hinnehmbar ist. Und man muss auch sagen, also ja, es sind zwei Drittel nur geimpft in Deutschland, aber es sind immerhin zwei Drittel. Und diese Leute haben zum Ausdruck gebracht, ich will das nicht. Ich will nicht daran erkranken. Und es ist jetzt, glaube ich, einfach auch Zeit zu sehen, dass man diese Leute dann auch schützen muss. Und wir haben Rücksicht genommen oder man nimmt Rücksicht auf diese immer noch zu große Minderheit derjenigen, die ungeimpft sind. Aber ich würde sagen, ja, jetzt reicht's. Ja, es reicht jetzt einfach. Das ist quasi eine falsch verstandene Liberalität. Das ist ein falsch verstandenes, ja, wir lassen mal jedem seine Meinung. Denn es geht eben hier nicht mehr um Meinung. Hier geht es um eine wissenschaftlich belegbare Tatsache. Nämlich, dass das Risiko einer Impfung verschwindend gering ist, aber das Risiko einer Erkrankung enorm hoch. Und vor diesem Hintergrund gibt es einfach keine zwei vertretbaren Meinungen mehr. Hier geht es nicht um meinen und dafür halten. Hier geht es um naturwissenschaftliche Risikoabwägung. Und die fallen eindeutig aus. Und wie gesagt, ich finde das sehr sympathisch, dass wir als Gesellschaft es zunächst mal mit gut Zureden und Überzeugung versucht haben. Stichwort Verhältnismäßigkeit. Aber ich sehe das wie du, jetzt reicht's mal so irgendwann. Und dieses Es reicht lässt sich auch deswegen gut begründen, weil natürlich einfach die Impfungen jetzt ein weiteres halbes Jahr oder seit dem Beginn der Impfung ein Jahr evaluiert werden konnten. Das heißt also, wir können jetzt mit noch viel größerer Sicherheit sagen, dass die Risiken verschwindend gering sind. Und deswegen denke ich auch, wir brauchen jetzt einfach mehr klare Ansagen von der Politik. Dann zum Beispiel, muss man auch ganz ehrlich sagen, dann hätten auch die Schwurbler, die sich vielleicht auch kommunikativ so ein bisschen in die Sackgasse manövriert haben. Die vielleicht noch in so einem Schwurbelfreundeskreis unterwegs sind von impfskeptischen Menschen und die jetzt irgendwie auch sozial da Zwängen ausgesetzt werden. Die hätten es auch einfacher. Das muss man ja auch mal sehen. Eine faktische Impfpflicht hätte natürlich auch den großen Vorteil, dass sie den einzelnen Menschen davon entlasten würde, seinem möglicherweise von Verschwörungstheorien durchsetzten Freundeskreis zu erklären, warum er jetzt doch eine Impfung hat machen lassen. Das muss halt sein. Man kommt ja nicht mal drum rum. Man kommt ja nicht mal drum rum. Ich war ja dagegen und ich finde es ja falsch. Aber was soll man denn machen? Also ich glaube, insofern hätte es auch für die, jedenfalls für die Menschen, die hin- und hergerissen sind oder sozial unter Druck stehen, hätte es auch eine befreiende Wirkung. Insofern denke ich, wir brauchen hier mehr klare Anreize, die dann tatsächlich de facto sich wie ein Zwang auswirken. Wenn das denn so kommt, sieht momentan nicht so aus. Wie gesagt, die Schulen lassen die Masken liegen, die Länder feiern ihre Freedom Days, nennen das nicht so, aber de facto läuft es ja so ein bisschen darauf hinaus. Aber sollte es denn so sein, dass 2G mehr zum Standard wird und wichtiger wird, vielleicht sogar zur Regel wird, dann kommt natürlich den Impfzertifikaten, den Nachweisen einer Impfung immer mehr Bedeutung zu. Denn sie wären der Schlüssel zu ganz vielen Lebensbereichen. Und damit steigt natürlich auch der Anreiz, sie zu fälschen. Und jetzt sagen ja viele, na ja, gut, okay, kann man natürlich machen. Haben wir alle darüber berichtet, kann man im Internet kaufen, ist nicht so schwierig. Aber es ist ja Urkundenfälschung. Und deswegen ist die Hürde ja so hoch. Und deswegen machen das ja nur Kriminelle. Und das ist ja schon auch abschreckend. Dachten wir ja auch. Turns out, ist nicht so. Ja, das ist tatsächlich eine relativ schockierende Neuigkeit, die sich in diesen Tagen herausgestellt hat. Wenn man in eine Apotheke geht zum Beispiel und einen gefälschten Impfnachweis vorzeigt, um sich da so ein digitales Impfzertifikat zu holen, da würde man ja denken, dass das eben eine Straftat ist. Philipp hat es gesagt, Urkundenfälschung. Oder wenn man sich zum Beispiel ins Kino mogelt, indem man einen Nachweis einer Impfung vorlegt und sich so quasi als 2G ausgibt, würde man denken, Urkundenfälschung. Und das dachte zum Beispiel auch die Polizei in Nordhorn. Ja, das ist in Nordwestdeutschland an der Grenze zu den Niederlanden, nicht allzu weit von Osnabrück. Da ist nämlich ein Mann in einer Apotheke gegangen und fiel dort mit einem gefälschten Impfzertifikat auf, das er sich quasi in einen digitalen Impfausweis umschreiben lassen wollte. Also er war mit einem gelben Pass da, den er irgendwie gekauft, gefälscht irgendwie hatte. Und er wollte von der Apotheke haben, hier bitte gib mir doch mal ein digitales Zertifikat. Also entweder ein gelber Pass oder man kriegt ja, wenn man sich impfen lässt, auch so einen Sina-4-Platz. Genau, kriegst auch so einen Zettel da in die Hand. I don't know, auf jeden Fall, irgendwie sowas wollte er haben. Und in der Apotheke fiel das auf und die statteten Anzeige. Dann kam die Polizei und stellte dieses Zertifikat sicher und leitete ein Strafverfahren ein. Und der Mensch hat jetzt gegen die Beschlagnahme oder die Sicherstellung des Zertifikats das Gericht angerufen. So hat zunächst der Amtsrichter entschieden und nun in der Beschwerdeinstanz das Landgericht Osnabrück. Und das hat festgestellt, haltet euch fest, ein solches Verhalten, Vorzeigen eines gefälschten Impfzertifikats in der Apotheke ist nicht strafbar. Denn Paragraph 267 des Strafgesetzbuchs, Urkundenfälschung, ist hier nicht anwendbar. Das liegt daran, dass es speziellere Straftatbestände gibt, nämlich die Paragraphen 277 und 279 des Strafgesetzbuchs, die Fälschung von Gesundheitszeugnissen. Und da greift eine generelle Regel ein, die immer in der Juristerei gilt, spezielle Gesetze, also konkreter auf bestimmte Fälle zugeschnittene Gesetze, sperren die Anwendung von allgemeineren Gesetzen. Das macht auch Sinn. Die allgemeinere Regel ist eben für den Normalfall gedacht. Und wenn es eine Spezialregel gibt, dann geht die vor. Man nennt dazu auf juristisch lex specialis. So, das Problem ist eben nur, wenn jetzt nur der Paragraph 277 anwendbar ist, diese Fälschung von Gesundheitszeugnissen, dann ist die Frage, ob das Verhalten unter diese Norm zu subsumieren ist. Und dann schauen wir uns die Norm doch mal an. Und da steht, wer unter der ihm nicht zustehenden Bezeichnung als Arzt ein Zeugnis über seinen Gesundheitszustand ausstellt und davon zur Täuschung von Behörden oder Versicherungsgesellschaften Gebrauch macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Täuschung von Behörden oder Versicherungsgesellschaften, das ist dann Urkundenfälschung von Gesundheitszeugnissen. Täuschung von Behörden und Versicherungsgesellschaften. Nur ist aber weder eine Apotheke noch ein Kino eine Behörde oder eine Versicherung. Das heißt, wenn du dein Gesundheitszeugnis fälschst, also hier so ein Impfausweis, und das einem Kino, einer Apotheke oder einem Restaurant vorzeigst, dann ist das nicht nur keine Urkundenfälschung, es ist einfach überhaupt null strafbar. Genau. Es wäre schon eine Urkundenfälschung, aber die Urkundenfälschung ist ja nicht anwendbar. Der Witz ist nämlich, das wäre durchaus eine Urkundenfälschung. Aber diese Norm ist ja vom 277, von der Fälschung von Gesundheitszeugnissen verdrängt. Und weil dieser Tatbestand aber so eng ist, dass er eben das Verwenden von solchen Fälschungen gegenüber Apotheken, Kinos und sonst wem nicht erfasst, ist der Mensch, der sowas tut, unterm Strich komplett straffrei. Anders wäre es bei der Urkundenfälschung. Denn da steht eben nicht zur Täuschung von Behörden oder Versicherungsgesellschaften, sondern da steht allgemein zur Täuschung im Rechtsverkehr. Aber diese Norm ist als das allgemeinere Gesetz eben gesperrt durch das Spezialgesetz, das aber dämlicherweise so eng gefasst ist, dass es dieses Verhalten unterm Strich nicht erfasst. Und das ist nach meiner Meinung einer dieser Momente, wo man schon sagen muss, das kann ja wohl nicht wahr sein. Denn es gibt ja wirklich ein glasklares Bedürfnis danach, solche Leute an die Wand zu nageln, die allen Ernstes nicht nur eine Impfung verweigern, sondern dann sich auch noch die Vorteile einer Impfung erschleichen wollen. Und so ist ja auch das Echo unter Juristen und Juristinnen, wenn man das mal so auf Twitter mitverfolgt. Aber die Entscheidung des Landgerichts Osnabrück dürfte so schockierend und merkwürdig sie sein mag, dennoch richtig sein. Denn es gilt ja der Wortlaut dieser Norm und der ist ziemlich eindeutig. Da führt wahrscheinlich kein Weg dran vorbei. Ich weiß nicht, ist das Ding schon rechtskräftig? Wenn ich das richtig sehe, gibt es dagegen gar kein Rechtsmittel mehr. Das habe ich jetzt nicht im Detail geprüft. Aber ich glaube, die Beschwerde zum Landgericht ist in solchen Fällen das letzte. Und ich finde die Entscheidung auch einfach juristisch korrekt. Der Wortlaut der Norm ist eindeutig. Im Strafrecht gilt die Wortlautgrenze. Du kannst also einfach eine Verwendung gegenüber einer Stelle, die nicht Versicherungsgesellschaft oder Behörde ist, darunter nicht subsumieren. Und man kann dann höchstens noch fragen, ob das wirklich ein Lex Spezialis ist. Aber auch das, würde ich sagen, lässt sich kaum anders sehen. Es ist ein Gesundheitszeugnis. Ja, man kann da juristisch ein bisschen ins Detail gehen. Denn bei der Urkundenfälschung geht es im Kern nicht darum, dass das inhaltlich falsch ist. Selbst wenn es die Wahrheit ist, bleibt es nur Urkundenfälschung, wenn du quasi darüber täuscht, von wem diese zum Beispiel schriftliche Erklärung stammt. Also bei der Urkundenfälschung geht es nicht darum, dass man lügt quasi, schriftlich lügt. Sondern bei der Urkundenfälschung geht es darüber, dass man über den Aussteller der Urkunde täuscht. Und da habe ich kurz mich gefragt, ob dieses Gesundheitszeugnis nicht möglicherweise den richtigen Inhalt schützt. Aber dann könnte man sagen, dass es eben kein Lex Spezialis ist, weil es quasi eine andere Schutzrichtung hat. Aber beim 277 ist es wohl so, dass der beide Schutzrichtungen hat. Also es geht um den Aussteller, aber auch um die inhaltliche Richtigkeit. Oder andersrum, es geht um die inhaltliche Richtigkeit, aber auch um den Aussteller. Insofern ist es wohl oder übel Lex Spezialis. Ich denke, das Landgericht Osnabrück hat auf der Grundlage des geltenden Rechts zu Recht entschieden. Aus meiner Sicht ist völlig klar, jetzt ist der Bundestag am Zug. Der Paragraf 277 StGB sollte sofort geändert werden. Denn das Strafbedürfnis ist offensichtlich, selbstverständlich muss man wissen, dass alle Menschen, die ein Impfzertifikat vorlegen, das auch zu Recht tun. Und wenn das nicht der Fall ist, dann müssen diese Menschen selbstverständlich strafrechtlich verfolgt werden können. Also ich würde sagen, der Bundestag muss da sofort tätig werden. Man könnte ja als Hotfix quasi, um das schnell zu lösen, das Problem, einfach den statt dieses engen Wortlauts, ja im 277 zur Täuschung von Behörden oder Versicherungsgesellschaften einfach den Wort laut aus der Urkundenfälschung übernehmen. Das heißt also zur Täuschung im Rechtsverkehr. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt gerade kein Fall ein, wo man ein falsches Gesundheitszeugnis im Rechtsverkehr verwendet, wo das legitim ist. Natürlich ist so eine Lüge über den eigenen Gesundheitszustand rechtlich zu missbilligen. Und aus meiner Sicht sollte ein solcher Vorschlag auch sofort aus der Mitte des Bundestags kommen. Also bis die nächste Koalition wirklich im Amt ist, das kann noch fünf, sechs Wochen dauern. Ich würde mir da ehrlich gesagt einen fraktionsübergreifenden Antrag wünschen, der das ganz schnell fix, so schnell es irgendwie geht. Denn das ist ja eine eklatante Strafbarkeitslücke, die einfach die Gesundheit in Deutschland unterminiert, wenn sich das rumspricht. Und das wird es in Schwurbler-Kreisen wahrscheinlich schon getan haben. Wir biegen so langsam auf die Zielgerade dieser Montagsausgabe der Lage ein. Noch zwei kleine Sachen, also ein bisschen Feedback zum Interview mit Ruprecht Polenz, was wir ja zuletzt geführt haben. Da ist mir beim Hören noch eine Sache eingefallen, aufgefallen, wo ich dachte, schade, das hätte ich mal fragen sollen. Das ist mir aber nicht rechtzeitig eingefallen, weil wir ja Herrn Polenz auch gefragt haben, was ist denn so der Kern, was ist denn so Konservatismus heute? Und er sagte ja auch, weiß man ja auch, ist ja auch bekannt, das Gute zu bewahren im Wandel. Und ich finde aber, da hätte ich ihn noch mehr konfrontieren können, ich finde halt, dass dieser Glaubenssatz eigentlich beim Klimawandel maximal versagt hat. Es wurde einfach zu viel bewahrt. Es wurde immer geguckt, das nicht ändern, dies nicht ändern, das bewahren, das bewahren, dies bewahren. Und der nötige Wandel, der ja auch in diesem Glaubenssatz vorkommt, der wurde einfach nicht zu spät, zu wenig angestoßen. Und ich weiß nicht, wie eine Idee mehr scheitern kann, als in diesem Beispiel, in dieser Menschheitsaufgabe, wo 16 Jahre Konservative an der Macht waren und es einfach nicht passiert ist. Und ich hätte ihn das gerne gefragt, wie gesagt, hätte ihn noch gerne damit konfrontiert. Ich wollte das hier noch mal zum Besten nehmen. Ich weiß nicht, wie dir das geht, Ulf. Bist du da gnädiger mit ihm? Ja, ich sage mal so, es muss ja bei so einem Interview nicht darum gehen, zu gewinnen. Und die Frage, die du gerade gestellt hast, liegt ja so ein bisschen auf der Hand. Insofern finde ich, kann man das schon auch so stehen lassen. Und die Menschen, die das hören, stellen sich diese Frage. Aber klar, ich bin bei dir. Man hätte das auch noch mal nachfragen können. Zumal wir ihn ja an anderer Stelle durchaus quasi gestellt haben. Stichwort christliche CDU und wie ist das vereinbar mit dem Massensterben im Mittelmeer und so. Damit habe ich ihn ja sogar relativ harsch konfrontiert. Und da hat er dann ja, finde ich, auch quasi so ein bisschen sich aus der Reserve locken lassen. Insofern hast du natürlich recht. Das wäre ja noch mal eine gute Frage gewesen. Aber unter dem Strich fand ich es trotzdem ein sehr, sehr spannendes Interview, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, mir hat es auch gut gefallen. Ich habe auch viel von ihm gelernt. Ich meinte das jetzt auch gar nicht im Sinne von Gewinnen, sondern da hätte mich tatsächlich wirklich mal seine ehrliche Meinung zu interessiert. Wie er vor diesem Hintergrund auf diese Idee blickt, weil er das ja auch noch mal zitiert hat und das Gute bewahren im Wandel und so. Also wir haben das angesprochen, aber da hätte mich wirklich, wirklich interessiert, wie er das noch, sagen wir mal, in einen Rahmen presst. Und ob er das so als Scheitern dieser Idee empfindet oder nicht. Naja, ist mir nur so beim Hören aufgefallen. Ich weiß nicht, fällt euch da ja auch noch was zu ein. Könnt ihr unter talk.lagerdernation.org ja mal abwerfen. Genau, bei uns im Forum. Und dann haben wir noch einen kleinen Programmtipp für euch. Und zwar hatten wir ja vor einigen Wochen Muriel Asseburg in der Lage der Nation. Die ist Forscherin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik hier in Berlin, behandelt dort insbesondere Nahostthemen. Wir hatten sie ja schon mal zur aktuellen Eskalation in der Lage zwischen Israel und den Palästinensergebieten in der Lage der Nation. Und jetzt hat sie ein Buch geschrieben, Philipp. Und du hast dich über dieses Buch ausführlich mit ihr unterhalten. Genau, das Buch heißt Palästina und die Palästinenser. Eine Geschichte von der Nakba bis zur Gegenwart, habe ich gelesen. Fand ich sehr lesenswert. Einfach, weil es auf eine einfache, verständliche Art erklärt, wie ist dieser Konflikt entstanden? Was waren die entscheidenden Meilensteine? Warum ist der so schwer aufzulösen? Was sind aber dennoch vielleicht die Hebel? Und sie schreibt dieses Buch geschrieben explizit, um mal die palästinensische Perspektive dieses Konflikts etwas mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Dabei, finde ich, schafft sie es aber sehr gut, so einen Ton zu finden, der nicht anti-israelisch ist oder so. Sondern sie schafft es, diese palästinensische Perspektive zu beleuchten, da mal einen Fokus drauf zu setzen. Aber trifft da, finde ich, immer einen sehr guten Ton. Und ja, habe gedacht, auch weil sie ja hier in der Lage war, das lohnt sich, noch mal sich länger mit ihr hinzusetzen. Das habe ich getan, fast zwei Stunden. Findet ihr das Interview unter dasinterview.org. Könnt ihr eintippen in eure Podcast-Player und das dann im besten Fall vielleicht auch abonnieren. Könnt ihr euch anhören. Muriel Asseburg im Interview. Also wer den Konflikt wirklich mal ein bisschen besser verstehen will, ich habe ihn auch besser verstanden, muss ich ehrlich sagen, durch ihre Erklärung, der oder die kann sich das mal anhören. Ich sehe in diesem System eines, wo tatsächlich eine übergeordnete israelische Kontrolle über das Gesamtgebiet herrscht, wo Menschen abhängig von ihrer ethnisch-religiösen Zugehörigkeit Rechte haben oder nicht haben, abhängig von ihrem Wohnort Rechte haben oder nicht haben. Das heißt, es gibt eine ganz klare Situation von Diskriminierung, von Ungleichbehandlung. Und es gibt auch eine Situation von Vertreibung oder Verdrängung. Das heißt, dass viele Palästinenserinnen und Palästinenser, wenn sie an Orten leben, die für Israel aus dem einen oder anderen Grund relevant sind, weil sie ideologisch, religiös bedeutsam sind, zum Beispiel in der Altstadt von Hebron oder um die Altstadt von Jerusalem herum im sogenannten Heiligen Becken, dass da Palästinenserinnen und Palästinenser verdrängt werden oder an anderen strategischen Punkten wie die Bedouinen in Khan al-Ahmar. Also es gibt diese beiden Elemente, die Diskriminierung und die Verdrängung. Und ich denke, das kann man als Apartheid bezeichnen, ob das den Rechtsbegriff der Apartheid, wie er in internationalen Konventionen festgelegt ist, wie er unter anderem im Statut des Internationalen Strafgerichtshofs festgelegt ist, erfüllt. Das kann ich nicht beurteilen, das müssen Juristen beurteilen. Rolf, ich würde sagen, das war es für diese Woche, für diesen Montag erst mal mit der Lage der Nation. Wir danken euch fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank für euer Interesse. Wir danken weiterhin auch für eure vielen spannenden Anregungen bei uns im Forum. Es ist immer wieder eine Freude zu sehen, wie ihr euch mit uns Gedanken macht, wie ihr euch an uns reibt, wie ihr aber auch natürlich immer wieder euch positiv äußert über die Lage, wie ihr offensichtlich auch Spaß habt an der Sendung. Insofern habt eine gute Woche und bis hoffentlich ganz bald. Tschüss.